Sollte also seltsam dies zugehen? Und nein, und nein, was ist? Merken wir uns den Text, ne? Doch, doch, nur, äh. Hoppala! Jetzt, hör auf! Da! Das G-G-G... Das, wie du stammelst, brauchst du das eh nicht mal! Nein! So, jetzt kommst du mir nicht raus! Jetzt hör auf, hör auf! Was machst du jetzt? Nimm die Zeichen ernst. Handle schnell. Wähle 1-4-4. Ein Schlaganfall wartet nicht. Die Möglichkeit für einen Schlaganfall erkennen Sie mit dem FAST-Test. F für Face. A für Arme. S für Sprachstörung. T für Time. FAST. Deshalb rufen Sie so schnell wie möglich die Notrufnummer 1-4-4. Eine Initiative des Samariterbundes. FAST.